Hallo meine Lieben, ich habe endlich mein December Daily fertig. Ich dachte nicht, dass ich es in so einer schnellen Zeit schaffen würde, aber ich habe mich gestern zusammengerissen, habe mich wirklich in meinem Zimmer mal eingeschlossen und habe das ganze fertig gemacht. Von der Sache her hatte ich ja die Fotos und alles schon soweit geprept, nur das zusammenkleben und Journaling hatte ich nicht gemacht und das habe ich jetzt endlich abschließen können. Und wie ihr sehen könnt, ist das Teil ganz schön dick geworden. Ich hatte noch kurz überlegt, ob ich es nicht in diese O-Wire Bindung rein mache, aber dann habe ich mich dazu entschieden, dass ich es doch machen möchte und damit leben kann, dass es halt so ein bisschen auseinander geht. Aber ich habe nicht so ganz gedacht, dass man bei so einem dicken Album das Ganze gar nicht mehr gebunden bekommt, deswegen ist es hier so ein bisschen schief geworden. Aber ich glaube, wenn ich es nicht erwähnt hätte, hättet ihr es gar nicht gesehen. So, fangen wir vielleicht mal direkt an. Ja, December Daily. Also ich kann euch sagen, das Projekt ist eins meiner Lieblingsprojekte. Oktober fand ich auch schon ganz gut, wobei ich nicht so ein richtiger Oktober-Fan bin. Halloween schon, aber mit dem Oktober an sich konnte ich nicht so viel anfangen. Das Papier, das ich verwendet habe für das Cover ist von Felicity Jane. Ich hatte da ja noch was nachbestellt gehabt, weil ich nicht so wirklich Dezember-Papier hatte, an das ich in das Album hier reinbringen wollte. Das Album an sich ist jetzt 8,5 x 7,5 und der O-Wire ist 1,25 Inch. Ja, und das Ganze, ich habe hier immer auf diese Lochbindungen, habe ich Washi geklebt und habe dann einfach nochmal drüber gelocht und man sieht die Löcher darunter gar nicht. Das ist auch eine gute Methode, um Washi aufzubrauchen, kann ich euch sagen. Also ich habe einiges an Washi-Tape verbraucht. Hier werde ich noch mein Reason-Why, also warum ich das ganze Projekt angefangen habe, reinmachen. Das habe ich noch nicht ausgetippt. Ja, das werde ich noch nachholen, aber vielleicht kann ich ja dann noch auf meinem neuen Blog noch ein Bild oder zwei nachreichen. Ich müsste dann einfach mal nachschauen. Ich habe ja jetzt auf Blogspot mir nochmal einen Blog angefangen, gerade jetzt für Project Life und ich hoffe, dass ich das dieses Jahr ein bisschen besser hinbekomme. Das hier war so eine Wishlist, so generelle Sachen, die ich mir halt wünsche für Weihnachten. Und ja, Tag 1 mehr oder weniger. Also ich habe hier eine kleine Pocket. An dem Tag kam ich endlich auf den Zoll. Und zwar hatte ich mir ja Sachen von Serena V bestellt gehabt und die kamen an, leider auf dem Zoll. Die war ich dann mal abholen gewesen. Lustigerweise hatte ich letztes, ja mal im December Daily auch irgendwas von Serena da drin gehabt. Und hier ist nochmal ihre Business Card und dann habe ich hier drauf gejournalt. Dann habe ich aber auch hier noch was dazu geschrieben. Und an dem Tag haben wir dann auch Plätzchen gebacken. Und diese coolen Chipboard-Kreise, die sind auch schon Felicity Jane. Die hier Karten, die sind, die müssten aus der Scrapbook-Werkschaft sein. Da hatte ich ja so ein Weihnachtskit bestellt. Und das hier war in der Snow & Coco Collection, ja, Felicity Jane. Und die habe ich auf meiner Silhouette geschnitten, die Nummern. Ich hatte ursprünglich vorgehabt, hier diese Holzteile zu verwenden, aber im Nachhinein bin ich ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil dann ist es nämlich noch dicker geworden. Und dann habe ich hier einfach so ein paar Filler-Karts. Das hier ist noch von einer Collection, die hatte ich schon letztes Jahr von Kaiser Craft. Und dann habe ich als Haupt-Dramlin-Karten von Rachel S. Etrock Designs Karten verwendet. Und das hat super geklappt. Sie hat ein paar Kits gehabt und da habe ich mich so mehr oder weniger daran ausgetobt. So, ja, dann haben wir hier ein Foto von Mila. Ja, Holiday Traditions habe ich jetzt mal genannt. Also es ist ja noch keine richtige Tradition, aber ich möchte es zu einer machen. Wir haben Adventsgeschichten, habe ich ihr geschenkt. Und die will ich halt alle Jahre wieder dann auspacken und ihr vorlesen. Dann hatte ich hier eine Bucketlist, die war von Felicity Jane. Und da habe ich ein paar Sachen hingeschrieben. Wie ihr sehen könnt, habe ich leider nicht alles machen können. Also ein Schneespaziergang. Es hatte zwar mal zweimal so ein bisschen geschneit, aber es war so, dass es dann halt immer durchgeschneit hat. Und da wollte ich nicht spazieren gehen. Dann haben wir auch kein Pancake-Frühstück gemacht. Leider, leider, leider. Ich liebe ja Pancakes. Aber, keine Ahnung, muss ich mal so machen. Und Neujahrsvorsitz habe ich mir irgendwie auch dieses Jahr keine gemacht. Aber es ist gar nicht so schlimm, dachte ich. Dann kann ich auch nichts einhalten, sagen wir es mal so. Ne, Quatsch. Weiß ich nicht. Es gibt nicht so viele Sachen, die ich halt ändern möchte. Außer, dass ich halt, ja, ich möchte einfach glücklich sein. Fertig. Und das ist mein Hauptziel. Und alles, was dafür notwendig ist, mache ich dann halt. Genau. Und die Karten hier, wie gesagt, von Rachel Etrock Designs. Und dann halt die Riesensequenz, die fand ich so cool. Die waren auch in dem Kit von der Scrapbook-Werkstatt. Ja, Tag 2. Jetzt wollte ich mal gerade suchen. Wo ist denn überhaupt meine Zahl hingekommen? Ah, da. Tag 2, da waren wir im Stadion mal wieder. Also, mein Mann liebt Fußball, falls ihr es nicht wusstet. Mittlerweile ist es ja so in jedem Layout irgendwie mal ein Fußball-Layout mit drin. Das hier war morgens beim Frühstückmorgen. Hat hinter mir gesessen. Er sitzt ganz oft hinter mir auf dem Stuhl. Und, ja, sitzt einfach da. Oder legt sich auch hinter mir auf den Stuhl. Und das musste ich einfach mal dokumentieren. Weil das sind halt so ganz oft Momente, ja, die man halt nicht so wirklich festhält. Dann habe ich hier ein Foto von meinem Mann und mir und von meiner Tochter und mir. Wir waren, wie gesagt, im Stadion. Und dann, wie noch, ich weiß gar nicht, also wirklich Verwandte sind nicht mit uns. Aber, ja, wir hatten wir dann auch mit im Stadion. Und sie ist da kinderlieb. Und das finde ich ganz schön. Also, so ein zukünftiger Babysitter. Und wir haben draußen gesessen, Mila ganz, ganz dick eingemuckelt und haben uns das Spiel da angeguckt. Und lustigerweise ist Mila übers Spiel eingeschlafen. Das hätte ich nie gedacht. Da war so viel Krach, aber sie hat es trotzdem gepackt. Dann habe ich hier noch so ein paar Embelis. Die waren, glaube ich, auch von der Falala Collection. Und dann ist hier ein großer Tag drin. Auf der Rückseite habe ich dann immer ein Journaling gemacht. Was ist denn da drauf? Irgendwelche Fäden? Naja. Und dann hier unten einfach so ein bisschen verziert. Das ist Milas Opa und Oma. Und das ist Carolina. Genau. Und dann habe ich einfach immer mal wieder so, was ich hier ganz gerne mache, ist halt die Spielkarte oder das Ticket dann hier drauf zu kleben. Auf der Rückseite ist dann noch ein Panoramabild quasi aus dem Stadion. Und da habe ich dann auch wieder diese Papierzwei genommen. Das hier war auch von irgendeinem Etsy-Shop. Wobei ich weiß jetzt nicht mehr, welcher das hier war. Und dann das Falala. Irgendwie finde ich, dass das Layout hier ganz cool geworden ist. Das hier ist, glaube ich, auch eines mit meiner Lieblingsseiten in dem ganzen Buch. Dann habe ich hier einfach mal so einen Separator, also einfach nur für schön, das dazwischen gemacht. Und dann kommen wir wieder zu meinen Mini-Pockets. Ich bin ja mittlerweile ein totaler Fan. Letztes Jahr wusste ich nicht so wirklich, was damit anzufangen. Aber dieses Jahr schon. Und da habe ich halt auch jede Menge Sachen in dem Album verwendet. Und dann halt auch hier so Sequence und was für Sachen hier reingestopft. Das hier war ein Snapchat-Filter. Das war der erste Advent und wir hatten Freunde zu Besuch. Wir hatten unsere Ugly Sweater angehabt. Oder Ugly, ich finde die eigentlich ganz süß. Ich weiß nicht, warum man Ugly Sweater sagt. Aber ja, und wir haben unseren Schneemann aufgebaut, der übrigens 6 Meter hoch ist, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ja, dann habe ich ein bisschen Journaling hier gemacht. Irgendwie gab es nicht so viel dazu zu sagen. Wir haben auf jeden Fall Mittagessen und Abendessen zusammen gekocht und einfach nur gegessen. Den ganzen Tag gegessen, Leute. Und dann ist hier noch ein Foto von meinem Hund. Ich mache immer so Activity-Spiele mit ihm. Das habe ich dann halt einfach dokumentiert. Und natürlich ein schönes Foto von meiner Tochter und mir. Und dieses Glitzerbäumchen habe ich von Serena B. geschenkt gekriegt. Dann für den vierten, da gab es nicht so viel zu sagen. Ich glaube, die Karte konnte ich auch wirklich nur an dieser Stelle verwenden. From where I stand habe ich jetzt dazu geschrieben. Das war ganz schön. Es hatte richtig schön geschneit. Das hier habe ich auch auf meinem Instagram gepostet gehabt. Und dann habe ich hier so eine kleine Tag-Pocket hinten dran. Und da habe ich meinen Journaling gemacht. An dem Tag war ich außer Haus. Also ich sage mal, Mila war mit Oma alleine. Und ich war bei einem Schulungs-Seminar. Und da gibt es eigentlich nicht so viel zu dokumentieren. Deswegen habe ich einfach nur dieses Foto dann verwendet. Am fünften, da habe ich von Ed Sheeran so ein Quote gefunden. Auf Pinterest, be nice to everyone, always smile and appreciate things, because it could all be gone tomorrow. Und das fand ich irgendwie so ganz cool. Das musste ich dann ausdrucken und habe dann einfach hier auch mal ein Album gemacht. Und die Karte hier und das hier ist auch wieder von Felicity Jane, Rachel. Und da habe ich dann, als ich, das war der zweite Tag des Seminars, als ich dann nach Hause kam, habe ich dann Geschenke eingepackt. Und das große Geschenk, was ihr im Hintergrund seht, das hat Milas Tante Carolina aus Amerika geschickt. Und wir haben abends dann zusammen noch Caponara gegessen. Ja, Tag 6, der Nikolaustag. Auch super schöne Bilder entstanden. Wir sind morgens fast über den Stiefel von Poppa gefallen, als wir in Milas Zimmer gegangen sind. Ich habe sie dann einfach mal dahinter gesetzt und spielen lassen. Aber eigentlich ist Schokolade drin. Also der Nikolaus war noch für mich da. Ja, aber ich fand die Fotos einfach so schön und musste das hier einfach dann auch mit ins Album machen. Und dann quasi belief, ja, für zukünftige Jahre, dass er an den Weihnachtsmann und alles glaubt. Und da ich ja so weihnachtsverrückt bin, ist das ja auch für mich ganz wichtig. Und dann gab es an dem Tag aber noch viele andere Geschenke für mich da. Also der Nikolaus war multiple Male da. Und das habe ich dann dokumentiert und hier in so eine Shaker Pocket gemacht. Leider ist alles immer an der Seitenstelle. Ich muss das nachher mal nochmal kräftig durchschütteln. Und dann habe ich hier den Tag, den Journaling Tag zu dem Tag. Und halt ein bisschen was geschrieben. Und das hier ist einfach mein Lieblingsfoto von dem Tag geworden. Und deswegen musste ich das auch nochmal in 6x8 drucken. Ich verwende dieses Format eigentlich viel zu selten. Also ich sollte mehr Sachen in der Größe auch machen. Dann der siebte. Ja, das gab es eigentlich nicht so besonders viel. Also es gibt hier nicht immer Tage, in denen man tausend Sachen macht. Aber hier ist einfach ein Foto von meiner Mila Maus. Und ich fand das so schön. Und das wollte ich dann einfach nur hier reinmachen. Und dann habe ich hier noch ein Bild von unserem Adventskranz gemacht. Also Marianne habe ich losgeschickt, um einen Adventskranz zu bestellen. Und damit kam er dann zurück. Naja. Aber war eigentlich ganz schön. Nächstes Jahr gehe ich selber einkaufen. Dann der achte. Ja, da war Kuschelzeit angesagt. Morgen und ich. Mila hatte länger geschlafen. Und morgen hat die Gunst der Stunde genutzt. Und hat sich zu mir gesetzt. Und das wollte ich hier auch nochmal dokumentieren. Und dann abends waren meine Tante und meine Mama da gewesen. Und wir hatten ein Sekt. Und dann kamen auch noch mein Onkel und mein Mann. Und wir hatten uns dann einfach Pizza bestellt. Das habe ich hier einfach so ein bisschen dokumentiert. Und ja. Dann habe ich an dem Tag aber auch noch die zwei Fotos gemacht. Die wollte ich einfach auch nur da drauf bringen. Da gibt es jetzt nichts Besonderes zu zu sagen. Und die Rückseite habe ich dann mit Schneeflocken von der Falala Collection beklebt. Und dann einfach nochmal so ein Trinner. Und dann geht es schon weiter mit Tag 9. Da habe ich wieder ein Foto vom Stadion. Marion ist mit einem Freund nach Leipzig gefahren, um sich das Spiel anzuschauen. Und das musste ich einfach hier dokumentieren. Habe die Karte genommen. Dann habe ich das hier durch den kleinen Paperclip zugehalten. Und auf der Rückseite ist ein Foto von unserem Schneemann. Das ist übrigens aus, ich weiß nicht wie viel Metern Höhe fotografiert. Auf jeden Fall waren hier unsere Weihnachtsdeko am Anbringen. Und ich habe hier dazu ein bisschen Journaling betrieben auf dem großen Tag. Wie ihr seht, habe ich jemanden gehabt, der mir einen Steiger gebracht hat. Der liebe Dominik. Und wir haben unseren riesengroßen Weihnachtsbaum dekoriert und die Lichterketten am Haus nochmal ausgetauscht, weil die irgendwie das Jahr nicht überlebt haben, obwohl sie es sollten. Und dann kam abends auch noch unser Weihnachtsbaum. Den haben wir dann quasi schon mal platziert. Und eigentlich wollten wir Weihnachtsfilm gucken, also verrückte Weihnachten. Aber dann hatten Freunde von uns gesagt, sie kommen vorbei und hatten ihr Baby mitgebracht. Die habe ich übrigens noch nicht gesehen. Das ist die kleine Tessa. Und da habe ich gesagt, klar, auf jeden Fall. Und dann haben wir uns dann abends noch einen schönen Abend gemacht und irgendwas getrunken. Und dann war auch schon der zweite Advent. Dann haben wir schon den zehnten. Gab es nicht wirklich viel zu sagen. Also Advent oder Sonntag ist bei uns immer sehr, sehr ruhig. Und wir haben einfach nur ein Sektfrühstück gemacht. Und später kamen dann noch Milas Opa und Oma. Und wir haben dann noch ein Glas Wein getrunken und abends zusammen dann gekocht. Dann habe ich hier ein Foto von meiner Mama und Mila. Das war der Elfte. Ja, das war eher so noch eine ganz ruhige Zeit bei uns im Haus. Die Karte finde ich auch schön. Und die Kombination mit dem Holz, die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ist auch wieder von Rachel. Dann hier als Trainer Belief. Und das ist dann zu Tag 12. Da hatten wir ein Mila-Mama-Date-Night. Papa war wieder Fußball gucken. Mein Gott, mein Mann ist nur am Fußball gucken. Das musste ich halt dokumentieren. Habe ich dann mal schwarz-weiß gemacht. Fällt mir super gut. Das Layout ist sehr schön geworden. Und das Papier im Hintergrund. Ich weiß nicht mehr so genau, wo ich das gekauft habe. Ich müsste mal schauen. Das war auf jeden Fall auch ein digitales Kit. Dann Tag 13 war ich mal wieder auf dem Seminar. Ich denke, da habe ich nur meine Unterlagen fotografiert. Und ein minimalistisches Layout gemacht, würde ich mal sagen. Tag 14 waren wir noch ein bisschen Weihnachtsdeko shoppen. Und zwar habe ich noch Lichterketten für unseren riesen Baum gebraucht. Also mir war schon klar, dass unsere Lichterkette nicht reicht. Und ich bin ja so ein Fan von Licht überhaupt. Und dann mussten wir da noch einkaufen gehen. Hier ist ein Foto von Ames, von Mila. Und hier hinten habe ich einfach ein bisschen Journaling gemacht. Und das ist dann unser dekorierter Weihnachtsbaum. Ich kann euch sagen, der war wirklich super schön und riesig vor allem. Ja, gibt es aber eigentlich sonst nicht viel zu sagen zu dem Tag. Und die Tüte hier ist übrigens von The Planner Society. Dann Tag 15. Das war ein Pyjama-Tag tagsüber. Und abends bin ich dann auf die Weihnachtsfeier. Aber Weihnachtsfeier ja nur von unserer Abteilung in dem Sinn. Und hier habe ich halt einfach mein Journaling gemacht. Und hier ist Mila zum allerersten Mal gekrabbelt. Und wie cool ist das denn, dass ich mein Handy da hatte, um es direkt festzuhalten. Dann sah noch ein bisschen seltsam am Anfang aus. Aber sie hat wirklich gekrabbelt und nicht gerobbt oder sonst irgendwas geschoben, sondern gekrabbelt. Ja, dann waren wir dann halt hier noch auf einem Weihnachtsmarkt mit ein. Dann waren wir abends dann lecker essen gewesen. Ich bin hier so ein bisschen ein Foodie und muss das immer so ein bisschen dokumentieren. Dann am 16. war bei uns so ein Ort Weihnachtsmarkt. Da war ich dann gewesen. Das ist eine gute Freundin. Das ist die Aga. Und dann habe ich einfach hier noch ein Foto genommen, was irgendjemand gemacht hat. und in Facebook geteilt hat. Da dachte ich, oh, das sieht super aus. Nimmst du mal. Also ist nicht selber von mir entstanden. Ich finde das ganz schön, wenn man hier so um die Karte drumherum journalt. Das habe ich auch im Album mehrfach gemacht. Dann, ja, der dritte Advent. Mann, rasend schnell geht es auf Weihnachten zu, kann ich euch sagen. Einfach mal nochmal ein Foto von meinen Kerzen. Und dann habe ich hier ein bisschen zu gejournalt. Ja, wie gesagt, sonntags ist halt einfach immer ganz ruhig, deswegen nicht so viel zu dokumentieren. Dann am Montag kam Happy Mail von Serena und ich habe ihre Shaker-Karte hier reingemacht. Hatte ursprünglich nicht Papier drumherum gemacht oder nicht verlängert und dann ist mir der ganze Sequence-Kram hier rausgefallen. Da musste ich einfach nochmal überkleben und nochmal machen. Aber ich finde es ganz schön jetzt hier drin. Ich werde vielleicht noch was auf die Rückseite kleben oder dranheften. Da gab es noch so einen super süßen Tag von ihr. Dann kann ich das Ganze hier dokumentieren. Dann, Tag 18. Ja, was war denn Tag 18 überhaupt? Ich glaube, ich war auf der Arbeit gewesen und habe ein Geschenk von meinen Kolleginnen gekriegt. Das fand ich so süß, das musste ich natürlich dokumentieren. Und als ich nach Hause kam, hat ja meine Mama mir heiße Schokolade gemacht. Und die Schokolade war an so einem Eisstäbchen dran und die musste erst verschmelzen. Und das war so cool. Und ich hatte den Kakao-Button und hatte zu Mama schon die ganze Zeit gesagt, wir müssen Kakao trinken, damit ich den verwenden kann. Und sie hatte tatsächlich so eine heiße Schokolade gemacht. Und dann habe ich abends asiatisch noch gekocht und das habe ich dann auch noch dokumentiert. Das war nämlich super lecker. Also wenn irgendwie was lecker ist, dann muss ich es immer dokumentieren. Tag 19. Das war ein Ladies-Abend oder Ladies-Night mal wieder gewesen. Männer waren mal wieder Fußball-Gruppen. Also merkt ihr, Fußball zieht sich durchs ganze Album. Und wir haben uns getroffen, also sprich meine Mama, meine Tante und meine Schwiegermama. Und wir haben dann zusammen gekocht. Und da habe ich einfach ein Foto von unseren Weingläfern gemacht. Und das hier ist noch ein Geschenk von meinem Chef. Da war ich auch, glaube ich, auf der Arbeit gewesen. Und da gab es dann wieder Geschenke von Chef und von noch einer lieben Kollegin. Die hat mir noch leckeren Schokonusslikör gemacht. Und hier auf der Rückseite habe ich das dann dazu dokumentiert. Und dann am nächsten Tag war die große Weihnachtsfeier vom Unternehmen. Und das hier ist ganz lustig. Das sind Fotos aus einer Fotobooth. Und ich finde das einfach so toll, dass ich so lustige Kollegen habe. Muss ich auf jeden Fall hier reinbringen. Und ich habe die ganzen Fotostreifen, habe ich dann nochmal für alle kopiert. Also eingescannt und kopiert. Und das werde ich dann nächste Woche, Montag gehe ich arbeiten, werde ich dann mitnehmen. Also hier ist noch ein 20-Schild. Und dann, das hier war irgendwie ganz cool, da gab es ein Karussell zu Weihnachten vor dem eigentlichen Festzelt. Und da konnte man dann Glühwein und sowas trinken. Hier wieder dieser Felicity Jane Button. Das hier war ein Gutschein, den habe ich nicht verwendet. Dann habe ich gedacht, den mache ich noch hier mit rein. Und das hier war die Fotobooth. Und das Lustige ist, die sah wirklich genauso aus wie ein kleiner Trailer. Deswegen musste ich unbedingt den Sticker hier auf die Stelle aufkleben. Bisschen washy und so. Und das war so das Eintrittsband, was wir um den Arm hatten. Das habe ich dann hier mit reingemacht. Dann hier noch ein Foto von meiner Hagelmama. Und nochmal ein Sticker. Hier meine liebe Kollegin. Mit der arbeite ich jetzt auch schon... Ach, wie lange arbeiten wir schon zusammen? Neun Jahre, glaube ich, oder so. Lustig. Musste ich dann dokumentieren. Das war das Innere vom Zelt. Und da war so ein bisschen wie so eine Winterlandschaft aufgebaut. Und deswegen sind wir alle blau und lila. Und hier hat Winter Wonderland natürlich gut gepasst. Weil Winter Wonderland in echt hatten wir ja nicht so wirklich gehabt. Dann habe ich hier mein Journaling noch gemacht. Tag 21. Ja, auch wieder ein ganz, ganz fauler Tag. Wie ihr seht, kleine Milamaus im Pyjama. Und hier am Rumstehen. Also ihre Entwicklung ist in diesem Monat rasant schnell vorangegangen. Und dann habe ich mein Journaling hier gemacht. Und dann haben wir hier endlich mal Christmas-Movies geguckt zusammen. Wobei Mary Poppins nicht wirklich ein Christmas-Movie ist. Aber ja, ich zähle es jetzt einfach mal dazu. Und dann haben wir noch drei Nüsse für Aschenbrödel geguckt. Dann hier mal wieder eine 2x2-Seite. Das sind einfach so ein paar Fotos von Mila, als sie am Stehen war. Also ich musste einfach dokumentieren, dass sie das einmal dann stehen konnte und gehen konnte. Sich an Sachen entlanghangeln kann. Also es ist echt der Wahnsinn. Genau, einfach so ein paar Filler. Hier so diese Buttons, die sind auch von Felicity Jane. Diese Die-Cut-Pieces, die waren von Kaisercraft. Und dann hier sie war so fasziniert vom Weihnachtsbaum, dass ich es halt einfach nochmal dokumentieren musste. Und hier ist ein Foto von einem kleinen Eichhörnchen. Ich weiß nicht, ob ihr es so richtig sehen könnt. Aber es hat mich so ein bisschen verblüfft, dass die noch unterwegs sind, die kleinen Würmchen-Armenkerle. Wobei wir haben nicht wirklich kalt. Also von daher kann es gut sein, dass es nicht so schlimm ist. Tag 23, Tag vor Weihnachten. Einfach nochmal ein süßes Bild von meiner Tochter und mir. Und hier noch ein Foto von meinem Hund und mir. Und wir waren einfach nur am Kuscheln. Und das wollte ich halt auch nochmal dokumentieren. Der Armenkerl kommt ein bisschen kurz. Aber da bin ich wirklich bemüht, das zu ändern. Und dann also mehr Kuschelzeit für morgen und mehr gemeinsames Kuscheln und überhaupt. Eigentlich wollte ich an dem Tag einen hauseigenen Weihnachtsmarkt machen. Aber das haben wir dann abgesagt. Weil mit Kind und alles, was auf einmal angestanden hat, hätte ich es nicht hingekriegt, das Ganze irgendwie in einer Art und Weise zu machen, in der es auch schön gewesen wäre. Ja, der 24. Milas First Christmas. Und Mila war so süß angezogen, ich musste sie direkt fotografieren. Ich hatte ihr so ein Buddy gekauft mit My First Christmas und dann so eine gestreifte Hose und auf dem Popo war ein Weihnachtsmangesicht. Und dann hier einfach so ein paar Fotos von ihr und mir. Und hier unten ist sie dann schon ihre ersten Geschenke am Auspacken gewesen, weil Papa konnte nicht so lange warten. Und ja, eigentlich ganz schön. Also meine Haare und so haben mir auch mal gefallen, das musste ich dann auch mal dokumentieren. Und dann habe ich hier so ein bisschen was zum Heiligen Abend geschrieben. Ich weiß noch nicht so genau, was ich hier rein mache. Es kann sein, dass ich nochmal zurückgehe und irgendwas noch hier rein mache. Vielleicht auch einfach nur Pad and Paper, ich muss mal gucken. Holy Good Times, oder Jolly Good Times. Das ist ein Familienfoto vom 24. Der war mal bei meiner Tante und bei meinem Onkel. Und ja, sie macht immer Ente, Pudel und Gans und Rotkraut und Klößchen. Und das ist ja also mein Lieblingsessen zu Weihnachten. Und deswegen sind wir am 24. immer bei ihr. Schön auch, dass Opa und Oma halt noch dabei sind. Und ich mag es halt ganz gerne, dann solche Fotos zum Dokumentieren. Und das werde ich auch zukünftig immer machen. Dann habe ich hier nochmal ein Flip-Up. Da habe ich ein bisschen was dazu geschrieben. Der 25. war dann zu Hause bei uns. Da haben wir geladen zu Raclette und Fondue. Und dann habe ich einfach ein paar Fotos hier beim Geschenke auspacken. Das ist meine Tante. Hier sitzt Mila auf ihrem Schaukeltier. Super süß. Und dann auch hier wieder ein Familienfoto. Und dann habe ich hier noch so ein paar Einzelfotos rausgenommen, die mir halt sehr gut gefallen haben. Die habe ich dann auch noch hier reingemacht. Das hier ist übrigens meine Mama. Und hier meine Tante nochmal. Und ich hatte so eine Fotoleinwand aufgebaut gehabt, mit der ich dann halt schöne Fotos gemacht habe. Also ich finde den Hintergrund toll. Das ist einfach so ein Vorhang. Den konnte man hinhängen und dann Fotos machen. Dann habe ich noch ein Foto von unserem Tisch, wie ich ihn eingedeckt habe. Mit Teil der Sachen schon. Ich liebe es ja so für festliche Anlässe zu dekorieren oder zu decken. Oh, super toll. Genau. Der 26. war dann bei Milas Opa. Also Opa Hansi und Oma Manu. Und da gab es dann eigentlich wieder Raclette, aber nur Fleischraclette. Und es war eigentlich ganz schön. Die haben so einen super tollen, fluffigen Teppich. Und Mila fand das ganz toll. Und es den ganzen Abend überall rumgekrabbelt. Und ja, da habe ich einfach nur so ein paar Fotos dann rausgezogen. Dann der 27. war wirklich so Gammeltag. Abends hatte Papa für uns noch gekocht, also Marian. Und das hier ist ein Schlafsied, was ich jetzt Mila immer anmache. Wenn ich so schlafen liege, das klappt super gut. Also so ganz still kann ich das anscheinend nicht haben. Aber dann so mit Lala oder Schlafmusik klappt es dann ganz gut. Dann am Tag 28 kam noch ein Geschenk für mich. Und zwar mein Ellie Edwards Kit Subscription. Also mein Mann hat mir ein Jahr lang ein Ellie Edwards Abonnement geholt. Und das finde ich super schön. Weil ich ja Project Life ein bisschen größer betreiben werde jetzt in einem 12x12 Format. Und da habe ich mich echt gefreut, als ich das noch gekriegt habe. Weil ich habe nicht damit gerechnet. Nachdem Weihnachten ja rum war, habe ich schon erst recht nicht mehr damit gerechnet. Und war echt super happy, als er mit dem Kit ankam. Und ja, an dem Tag ist Mila nicht so ganz fit gewesen. Also war sehr, sehr anhänglich und sehr müde. Also hat an dem Tag sehr viel geschlafen. Und ich habe einfach nur mit ihr gekuschelt und habe das dann genossen. Hier unten habe ich da ein bisschen mein Journaling dazu gemacht. Tag 29. Ich kam ja nicht dazu. Also tatsächlicherweise nicht dazu. A Nightmare Before Christmas an Weihnachten zu gucken. Deswegen habe ich gedacht, boah, jetzt setzen wir uns hin und gucken uns einfach nach Weihnachten. Und wie ihr sehen könnt, Mila hat dann nachher auf mir geschlafen. Morgen liegt im Hintergrund. Und ich war dann den Film am gucken. Ja, war das erste Mal, dass Mila ihn dann quasi mit mir geschaut hat. In Anführungszeichen. Aber das wird halt auch eine Tradition werden. Also ich lebe hier einfach Nightmare Before Christmas. Und mein Kind muss da auch durch. Dann habe ich noch das Foto hier. Das war vom 30. Das ist einfach so süß. Da ist er einfach wie am Papa eingeschlafen. Und ich habe die Zeit dann genutzt und bin dann für Silvester einkaufen gegangen. Und ansonsten, ja, war ich mit Mila an dem Tag nach Baden. Und wir haben einfach ganz, ganz viel gespielt. Und viel Zeit zusammen verbracht. Und auch Marian war mal da. Also er ist ja relativ viel unterwegs durch seinen Beruf. Und, ja, ich finde es eigentlich ganz schön, wenn er dann auch mal zu Hause mit uns ist. So, dann haben wir den 31. Silvester. Es gab mal wieder Fondue und Raclette. Ja, ich glaube, der ein oder andere denkt jetzt, boah, die gibt immer wieder dasselbe. Aber ich kann das wirklich nochmal und nochmal essen. Und gerade Weihnachten und Silvesterzeit ist es gar kein Thema. Und wir hatten auch mal einen Fischfondue zur Abwechslung. Also von daher, alles super. Haben eine große Weinflasche aufgemacht. Wir sind ja immer Rhone-Fans. Und die hatten wir mal vor, ich glaube, vier Jahren am Gardasee gekauft. Bei zehn, die waren wir da. Und, ja, wir haben nicht so viele Anlässe, an denen man tatsächlich drei Liter Wein trinkt. Und deswegen haben wir das halt einfach genutzt. Und, ja, also wir waren zu sechst. Nur so zur Info. Und, ja, dann hatten wir Countdown to Midnight. Die Karten sind übrigens auch wieder von Rachel. Das ist jetzt von ihrer 2018 Collection oder von Silvester. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich werde auch ihre Karten für meine, für mein 2018er Album verwenden. Also, falls ihr auch Interesse oder auf der Suche nach einem digitalen Project-Life-Kit-Seiten solltet ihr auf jeden Fall mal bei ihr vorbeischauen. Dann habe ich einfach hier noch zwei Fotos von Marian und mir zur späteren Stunde. Mein Töchterlein hat wirklich komplett durchgeschlafen. Also, deswegen habe ich nicht wirklich ein Foto von ihr von dem Tag. Aber ich sage auch mal, an dem Tag haben wir so ein bisschen im Vordergrund gestanden. Mila hat sich wirklich, ich glaube, um neun ins Bett liegen lassen und hat durchgeschlafen bis am nächsten Morgen. Auch als das Feuerwerk losgegangen ist. Und rundum bei uns hat es wirklich geknallt und sie hat sich überhaupt nicht beeindrucken lassen. Also, das fand ich schon gut. Dann habe ich hier noch so eine zusätzliche Hülle. Da habe ich einfach ein paar Karten drin. Mal schauen, ob ich noch irgendwie zusätzliche Fotos oder irgendwas hier reinmache. Aber da weiß ich noch nicht. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ja, ihr Lieben. Also, ich bin echt happy mit dem Album. Es ist super, super schön geworden. Ja, über all die verschiedenen Washys und so weiter. Es gefällt mir alles sehr gut. Und das ist, wie gesagt, eins meiner Lieblingsprojekte. Ich werde auch noch mal ein paar Fotos für meinen Blog machen und ein bisschen was dazu schreiben. Und vielleicht auch ein bisschen was dazu schreiben, was ich verwendet habe. Wie ihr sehen könnt, jede Menge Washys. Die sind alle fast leer, die Rollen. Und von den Hüllen, von dem Papier und so weiter. Das werde ich auch alles noch mal dort ausführlich dann beschreiben. Und es würde mich freuen, wenn ihr dann mal auf meinem neuen Blog vorbeischauen könntet. Und natürlich auch mit mir interagiert. Ich bin immer total begeistert, wenn jemand mal einen Kommentar schreibt oder irgendwie eine Rückfrage oder sowas dazu hat. Also, wie gesagt, Fragen, Anregungen und so weiter sind immer herzlichst willkommen. Ich hoffe, euch hat mein Video und mein December Daily gefallen. Und falls ja, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch und Kommentare freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020